Wir waren fleißig, wir haben Brot gebacken in unserem Oak Fire 2 in 1 Gusseisentopf. Und am Boden des Topfes hat sich jetzt wirklich hartnäckiger Schmutz gebildet. In dem Fall ist das Brot halt unten richtig schön festgebacken. Und das kriegen wir jetzt so ganz einfach nicht raus. Und in diesem Video will ich dir einfach mal zeigen, was du machst, wie du richtig vorgehst. Das ist jetzt auch egal, ob das Brot ist, ob du mal irgendwas anderes richtig hast anbrennen lassen, wo sich wirklich irgendwas unten festgesaugt hat. Das wirst du vor allem haben bei Produkten, die nicht emaliert sind. Bei emalierten kann es auch mal passieren, ist aber eher selten. Nach so einer Prozedur macht es dann auch meistens Sinn, das Produkt einfach nochmal einzubrennen. Wenn du wissen möchtest, wie du ein Produkt einbrennst, dann kannst du das Ganze auch gerne auf unserem Channel dir anschauen. Das Erste, was wir jetzt machen, ist im Grunde genommen, wir machen Feuer. So. Wir machen jetzt ordentlich Feuer und geben dann einfach Wasser dazu. Sprich, es gibt alle möglichen Taktiken, wo man direkt mit einer Stahlwollenbürste oder sonst irgendwas beigeht und dann da in irgendeiner Art und Weise extrem krass die Patina zerstört oder teilweise sogar wirklich die Emalierung abreibt. In der Regel reicht es meistens einfach mal Wasser reinzugeben und es mal kurz mit aufzukochen. Das dauert jetzt so drei Minuten, vier Minuten. Aber wenn es dann einmal kocht, dann lösen sich in der Regel schon 90% selbst hartnäckige Verschmutzung sofort aus. Ohne Seife, ohne sonst irgendwas. Warten wir mal ab. Wenn das Ganze jetzt einmal richtig angefangen hat zu kochen, können wir im Grunde genommen das Wasser auch wieder, beziehungsweise die Herdplatte auch wieder einfach ausstellen und können uns das Ganze dann einmal anschauen. Füllen wir einmal kurz rein. Dann sehen wir, es hat sich schon einiges gelöst, was sich jetzt hier an der Oberfläche befindet. Und wenn wir jetzt einfach mal mit einem normalen Wischer, also da brauchen wir jetzt keinen speziellen Wischer für oder sowas, einfach mal durchgehen, kann auch die Kreise an die Seiten einmal durchgehen. Wichtig ist, dass man sich dabei nicht verbrennt. Sprich, dass man aufpasst, dass das Wasser nicht spritzt etc. Und dann mit der Rückseite auch mal ein bisschen auf den Boden langgehen, wenn dann noch irgendwas hartnäckiges sein sollte. Jetzt haben wir das aber soweit eigentlich unten einmal alles abgekratzt. Und man sieht auch schon, man kann es jetzt nicht genau erkennen, vielleicht durch die Kamera, aber man sieht schon, hier schwimmt das Ganze, was ich da gerade noch unten am Boden festgefressen hatte, jetzt alles schon im Wasser rum. Das heißt, der Dreck löst sich eigentlich sofort. Das geht extrem schnell. Das hat jetzt vielleicht zweieinhalb Minuten gebraucht, bis das Wasser gekocht hat. Und unten wirklich von festgefressenem, angebranntem Brot nichts mehr übrig ist, außer ein bisschen Brotsuppe sozusagen. Also alles im Wasser aufgelöst. Ich werde jetzt auch einmal das kurz in die Spüle reinkippen, dass wir das einfach uns anschauen können, ob da unten jetzt noch was ist. Interessiert mich gerade selbst, weil ich nicht genau den Boden sehen kann. Ups, Dankeschön. Dafür nutzen wir hier einmal die mitgelieferten Griffschütze. So, nehmen das jetzt mal mit und schauen uns das Ganze an. Und dann sehen wir auch richtig, der Topf ist komplett, wenn man von oben einmal rein filmt, ist komplett sauber geworden. Also wir haben die Patina unten noch. Die ist nicht weggegangen, die ist nicht kaputt gegangen dadurch oder sowas. Wir sehen das schön an den Rändern. Die Patina ist noch da. Das Wasser trocknet jetzt auch automatisch, weil der Topf noch sehr heiß ist. Da raus. Wir haben jetzt hier an der Seite noch ein ganz bisschen so Mehlreste. Die kann man aber so abwaschen. Die sind jetzt ja nicht festgesetzt. Und so schnell und einfach kann man in 90% der Fälle wirklich hartnäckigen Schmutz entfernen. Wenn es jetzt noch extrem ist, kann man nochmal Backpulver mit dazu mischen. Dann wird es noch ein bisschen stärker. Man kann theoretisch auch mit grobkörnigem Salz nochmal richtig da drin rumreiben. Auch das muss nicht zwangsläufig die Patina beschädigen. Aber das ist eigentlich der beste Weg, wie du wirklich hartnäckigen Schmutz löst. Einfach auf den Herd stellen, richtig aufkochen lassen und wirklich 99% eigentlich von einem Schmutz löst sich im Wasser auf. Ein bisschen noch nachschwimmen und siehst du selber, es hat extrem gut funktioniert. So, ich bin jetzt glücklich, dass das Ding wieder sauber ist, dass ich das gleich jetzt wieder in den Schrank stellen kann. Vorher werde ich es noch kurz mit ein bisschen Öl einreiben für die Pflege, weil das ein nicht emaliertes Produkt ist. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Schreib einen Kommentar, wenn du eine Frage hast dazu. Ansonsten findest du die Produkte unterhalb des Videos. Und da sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, weiterhin viel Spaß beim Kochen und ciao.